So, wir befinden uns im Hausklo. Stopp! Joschi, stopp! Zurück! 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 Und Joschi lernt zu bleiben. Und Sitz, mein Lieber. Sitz! Das sind jetzt nur drei Stufen. Komm Joschi, mach mir jetzt keine Schande. Augen! Okay! Stopp! 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 Und hier! Joschi hier! Joschi hier! So, ist fein! Und Sitz! Ja! Bleib sitzen! Bleib sitzen! Bleib sitzen! Bleib sitzen! Sitzen bleiben! Bleib! Ich muss mich umdrehen. So, ich verliere es. Bleib sitzen! Bleib sitzen! Eigentlich gehe ich schnell runter. So, mach mal später drauf. Bleib sitzen! Da ist der Joschi. Augen! Okay! Komm! Ja! Feiner Junge! Feiner Junge! Und Stopp! Stopp! Und Sitz! Sitz! Ja, super! Feiner Joschi! Prima! Das war eine Lektion, die wir gelernt haben. Okay!